Dieser Mensch ist an Ebola erkrankt. Er leidet unter Muskelschmerzen, ihm wird übel und er bekommt starkes Fieber. Doch diese Symptome sind nur eine Reaktion des Körpers. Die eigentliche Gefahr geht von etwas anderem aus. Ebola greift nämlich das Immunsystem an. Wie ein tödlicher Spion schleicht sich Ebola in die Zellen des Erkrankten und nutzt sie gegen ihn. Ebola ist ein Virus und Viren können sich nicht alleine vermehren. Deswegen brauchen sie Hilfe von lebenden Zellen, von Tieren oder Menschen. Deren Vermehrungsmechanismus kann Ebola nutzen. Um schneller an solche Zellen zu kommen, trickst Ebola das menschliche Immunsystem aus. Unser Immunsystem soll eigentlich alle Fremdstoffe im Körper zerstören, auch Viren wie Ebola. Gelangt ein Virus in den Körper, reagiert das Immunsystem zuerst ganz allgemein. Es weiß so früh noch nicht, wer da überhaupt angreift. Es schickt eine Armee von Fresszellen, die alles vernichten sollen, was da normalerweise nicht hingehört. Darauf hat Ebola gewartet, denn Ebola ist besonders geschickt. Es schleicht sich in die Fresszellen ein, übernimmt deren Kontrollzentrum und programmiert sie um. Anstatt aufgefressen zu werden, beginnt Ebola, sich zu vermehren. Die infizierten Fresszellen schlagen jetzt Alarm. Sie produzieren Signalstoffe, die im Gehirn eine Entzündungsreaktion auslösen. Der Erkrankte bekommt Fieber. Doch das Immunsystem gibt sich noch nicht geschlagen. Ein anderer Teil wird nun aktiv, die T-Zellen. Sie stürzen sich nicht einfach in den Kampf, sondern erforschen den Virus erst einmal. Sie sammeln Informationen über den Eindringling. Und diese Informationen schicken die T-Zellen dann weiter an andere Zellen des Immunsystems. Die beginnen nun mit ihrer Arbeit. Aus den Informationen der T-Zellen entwickeln sie einen Bauplan für Antikörper. Diese Antikörper können sich an das Virus anheften und machen es so zur Zielscheibe für die stärksten Waffen des Immunsystems, die T-Killerzellen. Denn die wissen jetzt erst, wo sie angreifen müssen und können den Eindringling zerstören. Eigentlich. Denn auch darauf ist Ebola vorbereitet. Es zahnt sich in der menschlichen Zelle und täuscht das Immunsystem. Ebola legt eine falsche Fährte und das Immunsystem fällt darauf herein. Das Ebola-Virus nutzt dafür erneut die Fähigkeiten der Zelle, in die es sich eingeschlichen hat. Es programmiert die Proteinproduktion der Zelle um. Die infizierte Zelle produziert jetzt Proteine, die sich als Ebola-Virus ausgeben. Diese Proteine sehen genauso aus wie Ebola und haben auch die gleiche Struktur. Jetzt schickt das Immunsystem seine Antikörper zu den falschen Proteinen und setzt damit auch seine wichtigsten Waffen, die T-Killerzellen, auf den falschen Gegner an. Währenddessen kann Ebola sich sicher in der Zelle verstecken und dem ganzen Körper weiterverbreiten. Es zwingt die Zellen, tausende Viruskopien herzustellen. Der Mensch leidet unter dem Angriff. Als Entzündungsreaktion muss er sich erbrechen und bekommt Durchfall. Das schwächt den Körper enorm. Denn Nahrung und vor allem Wasser fehlen jetzt. Der Körper trocknet langsam aus und der Kranke wird immer kraftloser. Aber Ebola greift den Körper noch auf eine andere Weise an. Das Virus hat einen zweiten Trickauflager. Es stört die Kommunikation des Immunsystems. Sobald eine Zelle infiziert ist, würde sie normalerweise bestimmte Alarmproteine produzieren, die heißen Interferone. Sie verteilen sich über die Blutbahn im Körper und schlagen überall Alarm. So können infizierte Zellen die noch gesunde Nachbarzellen warnen. Die können sich jetzt auf den Angriff vorbereiten und sind durch die Interferone geschützt. So bleiben die Zellen hoffentlich gesund. Leider ist das Ebola-Virus sehr geschickt. Da es sich in die Zelle eingeschleustert und sie manipuliert, verhindert es die Produktion dieser Alarmproteine. Die anderen Zellen sind völlig ungeschützt und Ebola kann immer mehr Zellen angreifen. Ebola hat nun das menschliche Immunsystem ausgehebelt und unter Kontrolle. Das Virus hat sich erfolgreich in den Körper eingeschlichen und alle Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Der Körper ist völlig entkräftet. Forscher gehen bisher davon aus, dass sich Ebola bei seiner Attacke auf bestimmte Zellen spezialisiert. Nämlich auf die Zellen, aus denen die Wände unserer Blutgefäße bestehen. In die schleicht sich Ebola besonders gern ein und zerstört sie dabei. Meist ist dies das Todesurteil für den Erkrankten. Die kaputten, löchrigen Blutgefäße können die Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Der Mensch stirbt an Organversagen.